Sie sprisse! Ich moppe! Ja. Wir sind hier für viel zu, ähm... ...kindisch. Nein. Warte mal kurz. Ach ne, ach, hier oben geh... Ah! Was denn? Die waren wir auch noch nicht. Hahaha. Wie gut, dass wir im Schulgeschäft waren. Warum? Weil wir hier die ganzen Sachen hätten kaufen müssen. Wo bist du gerade? Bist du richtig drüber? Ich bin raus, ja. Ich bin auf die andere Seite gegangen, hier. Hier. Eine Lok. Hier. Ja. Ja, 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 ja. Den haben wir gleich erst. Ein Microwave. EFASCO. Ne, EFASCO war das. Kann auch sein. Also, wir haben EFASCO genannt, zumindest. Oh! Und wie jeder gute... ...Restaurantbesitzer... ...hat ein Granatenwerfer von dem Tisch. Hat aber jeder Restaurantbesitzer... Warte mal ganz kurz. Hä? Kann man nicht erkennen. ...Beverages... ...Kidsmenu... ...Catering. Das ist... ...Basitada Napoli. Elitiana... ...In Travella. ...Krankenhänden... ...Bitte jeden... ...Schau. Was hast du jetzt leben können? Hm? Ja. Hörst du mal auf mich zu schieben, bitte? Tut mir leid. Pizza essen. Hier sind verschiedene Toppings noch bei. Pasta an sich. Lasagne. Ich sag dir grad nicht, dass... Large Original... ...irgendwie Pizza... ...Was? Dass bei dir momentan nur der Hintern aus dem Tresen rauskommt. Du bist... ...im Tresen drin. Ja! Jetzt nicht mehr. Oh! Tresen! Egal. Komm. Ja. Dann... ...ging's hier ja noch weiter. Noch, noch will ich hier nicht gehen. Noch bin ich hier nicht ganz fertig. Bis. Erst muss ich noch... ...die eine... ...Waffe hier... ...entladen. Und wegschleißen. Und die lockern. Jetzt. Voice Output Malfunction. Dann wieder. Äh. Ja. Viel Spaß. Wenn meine Kinder erstmals im Haus sind, werde ich endlich das tun können, was jedermann tun möchte. Kann Fernsehen schauen. Ich kann... Nun gut, ich weiß nicht was. Aber... ...das macht nichts. Alles ist besser, wenn diese schreienden, nachnietengierigen kleinen Vampire, die mich noch ins Grab bringen... Was? Alles diese. Alles, okay. Ja, stimmt. Ich fühle mich wirklich gut. Wahrscheinlich ist er gerade von da drüben gekommen. Mhm. Ich versteck. Ja. Ja. Was denn? Ja. Was? Wo? Ja. Protect? Nee. Adult must... Oh. Was hast du gemacht? Ich bin runtergefallen. Schlau. Also nochmal... Laaaaaa... Escort steht da. Glaub ich. Mh... Das macht sogar Sinn. Ach. 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 Übrigens, was hast du kurz stehen? Hm? Ähm... Wie ich gerade einfach immer die Map öffne, gerade um mein Inventar anzukommen, ne? Ich weiß nicht, ob das bei dir redundant ist oder nicht. Nee, bei mir nicht. Aber dir schon, nehm ich an. Hey, look at that. Wanna kill yourself? Pischen Outlet. Tschüss! Okay. Get away from me. Haha, ich lebe. HD T-Shirts. In allen Farben. HD T-Shirts. HD T-Shirts. Jetzt auch ein HD. Und Basketball. Das, den hab ich jetzt. Nein, ich hab auch einen. Was für ein Teil Basketballer? Lol. Weg damit. Ich will meinen nicht mehr. Decken die wenigstens. Ich glaub nicht. Okay. Diego Donuts. Nicht irgendwie angelehnt an Dunkin Donuts. Ja. Übrigens, ich war hier oben doch noch nicht. Ne, wollt grad sagen. Da ist noch ein Donut für dich, wenn du unbedingt willst. Om nom nom nom. Ich weiß gar nicht, woran die Frau gestorben ist. Die sieht noch kerngesund aus. Irgendwie, ja. Nur müssen wir's abgemagert. Hier geht's runter, ne? Warte, das war roter gefallen. Ach, die Tasse. Hui. Ah, wir sind wieder hier. Hm, wieder hier? Ja. Warten wir. Schau mal. Wie war der Anfang? Äh, ach ja. Ah, das ist aber wirklich exakt Dunkin Donuts. Das ist ja... Hab ich jetzt erst gesehen. Okay, das sieht doch ganz anders aus eigentlich, aber... Übrigens... Stehen bleiben. Die kann ich nicht verwenden. Was hast du mir gegeben? Ein robotisches Selbstdiagnose-Repertur-Modul. Die kannst du nicht verwenden? Die kann ich nicht verwenden. Na, nur du. Ah, okay. Geil. Geil. Wir haben die Crew-Deck-Karte, oder? Ja. Meine Fresse, war das nötig. Als Dank dafür muss ich mich erst mal sprengen. Ne, muss ich nicht, weil das Teil über mir langläuft. Ich muss mich nicht mal sprengen. Hehehe. Äh, ich hab schon wieder... Hat doch du schuldest deinem Land so viel, Mohammed. Nein, das ist jetzt nicht irgendein ganz, ganz böser Stereotyp. Hier geht's schon raus. Ja, ist richtig gewesen. Gibt's auch einen Monotyp? Ähm... Ja, hast du Monokulturen. Ah, und in Hydro-Kulturen hast du dann einen Hydro-Typ, oder wie? Ne, dann hast du Hydrophorese. Ich hab gehofft, ich könnte auch Wasser widern, aber mir ist aufgefallen, dass ich das Wort einfach nicht kenne. Was ist Hydrophorese? Wasserpflanzen. Ein paar spezielle. Ach so. Wobei Hydro-Kulturen eigentlich nicht unbedingt Wasserpflanzen sind. Ich weiß, das ist dieses komisches Ton, Granulat. Boah, dieses Gefühl, diese Tür zu öffnen. Da hinten ist irgendwas in 3D. Ist mir egal, ich muss dem Kerl aufs Bett steigen. Und den... Der hatte seinen massiven Schraubenschlüssel noch im Bett. Und der hier hat sich irgendwie verflüssigt. Das ist hübsch, ja. Eigentlich war das eine unglaublich tolle Anspielung von mir wieder. Ja, ja. Dass er seinen massiven Schraubenschlüssel noch da hatte. Ich weiß, ich weiß. Ich hab's kaputt gemacht. Warum bist du darauf nicht eingegangen? Komm, ich hatte schon die SIM-Karten im Übrigenz. Das muss jetzt nicht noch schlimmer werden. Eine Batterie... ...und ein Plopsiespotzer... ...und ein schönes Bild. Vor allem finde ich diese unglaubliche Reding an den Teilen auch sehr sicher. Mhm. Du kannst einfach nicht von diesen Betten fallen. Nein. Was daran liegt, ist eigentlich kaum einer wirklich noch draufliegt. Hörst du mal auf, Spaß zu haben? Beziehungsweise... ...immer dieses selbe zu hören, was einfach nicht mehr gut klingt? Ne, darum geht's ja. Ich versuch grad hier noch was anderes rauszubekommen. Weil die andere, glaub ich, drei Sachen... ...der nicht. Feinbar. Okay. Du hast grade beim Laufen die Kletter-Animation. Das sieht so toll aus. Immer noch? Mhm. Nice. Granatier... Meine Granaten. Nächstes mit Anfang. Hey, warum hast du die ja wegge... Wieso hast du die ja mitgenommen? Äh... Ne, ist gut. Die Panzerbrechner hat's du. Ich hatte nur Startup-Motion. Ich dachte, das wär Startup-Motion. Und das ist blau. Ja, hab ich gemerkt. Ähm... Oh, die ist noch voll geladen gewesen. Und die waren noch exzellent. Egal. Meine ist schreitig. Aber ich hab deine schon geupgradet, glaub ich. Hast du? Glaub schon, ja. Wo seh ich das? Ja, ich kann auf Burst schießen. Das gab's auch von Anfang an schon. Okay. Upgrade ist größeres Magazin. Wie viel Schuss hast du im Magazin? Ähm... Wie lade ich nach, ey? Mit... Ja, zwölf. Okay, dann hast du noch nicht die geupgradete Version. Hier ist ein Medikit. Ähm... Dann sparen wir doch mal. Laden... direkt da mit. Dann nehme ich... diese hier, die ich nicht nehmen kann. Doch jetzt hier, von hier aus. Wo steckst du? Ich hab das QWR angemacht. Alles aber auch... Ich hab's angemacht. Hey, du kleines QWR. Nein. Was? Äh... Hier kann man echt nicht ins Rotlichtviertel gehen, hm? Ganz ehrlich... Ich bin jetzt mal einfach ganz ehrlich in dem Fall. Die Aussage mit diesem Anmachen und der anderen Interpretation davon... ...den bringt meine Mutter ständig. Deswegen hab ich ihn jetzt auch mal gebracht. Ach, ich popier das Ding erstmal aus. Ja, passt. Was, ich lebe noch? Ich lebe immer noch? Das Ding schießt LASER. Übrigens, aus dem Rotor-Skiller vielleicht ein bisschen was aufarbeiten. Ja, ich wärmlich. Kaum noch mit dem... ...ehm, im Kegel wer schießen kann. Ja, das tut mir unglaublich leid. Mein Problem ist eben nur, ich hab momentan keine Möglichkeit, mich zu skillen. Waren hier nicht irgendwo? Ne, waren ich. Okay. So, dann mal zu diesem Doppel-Zweil-Up-Zeichen. Übrigens, ähm, in der einen riesigen Einheit, die Laser geschossen hat, ne? Was? Ja. Der hat die Iridium dabei. Okay. Mal kurz, ich geh mal kurz irgendwo hin, wo mich die Kerle nicht sehen. Komm mal hierher. Da, frisst Iridium. Weifler, siehs brauchen wir, oder? Okay. Weifler, siehs brauchen wir, oder? Okay. Weifler, siehs brauchen wir, oder? Okay. Oh, wir sind wieder hier, okay. Ah. Äh, andere Richtung. Die andere Richtung. Garten. Garten. Wissen, du? Expo-Zekt brauch ich nicht. Ach, da noch. Hier, hinter dir. Lock. Was, wo? Lock. Aufgehoben. Ach so. Gleichherz? Ja. Auf dem Moment, wir wissen noch nicht, was passiert. Die Saurian-Kreaturen werden mehr und mehr schrecklich. Wir hatten bereits einen Inzidenz. Bitte lockt die Crewgarten, bis wir herausfinden, was mit den Saurians passiert ist. Okay. Oh mein Gott, die Weltkrise! Die Bösen werden immer hässlicher! Oh nein! Ich find's aber schön, dass wir für den Garten die Wissenschaftskarte brauchen. Das ist der... Wissenschaftsgarten der Wissenschaft. Ja. Türen sind überbewertet. Wir sind zurück, du Gremlins und noch mehr Gremlins. Hi da! Bitte schreib deine Selektion. Wenn du mal hier in den Value-Rack reinschreibst. Mhm. So billig. Hi there! Please make your Selektion. Und Saft. Ach du Heilige. Ach, was denn wie? Da ist einer von diesen Läufern. Und ne Kamera! Und ne Kamera! Und ne Kamera! und ne Kamera! Du hast die Kamera aktiviert! Habe ich nicht! Doch! Nein! Ich kann mich doch gar nicht sehen von hier! Ist ja gut, ich nenne den Alarm ja schon weg! Okay! Aber ich mein ehrlich, wie hättet ihr mich denn sehen sollen? Ich stand doch noch hier! Die Kamera ist irgendwo da! Ja! Gewesen! Was war das denn jetzt? Ah! Grenadier! Wo ist dieser Grenadier? Ah, da! Gewesen! Wo bist du? Ich bin hinter dir! Glaub ich! Ah! Doch, hi! Äh, vielleicht doch eher in Athletiker erstmal! Ah, da ist noch ne Kamera! Ja! Ah, ja! Sorry! Ich hab die nicht gesehen! Ich hab's ja! Dann ist ja gut! Dann ist ja gut! Ey! Ist was? Nee, ist alles gut! Daniels und Patronen! Trotzdem erst musst du in Athletics! Warum? Weil wir da noch nicht waren! Wo bist denn du gerade? Ach, da! Hier! Hinter...